Situationen, in denen jemand Hilfe braucht, gibt es viele. Aber wie kann ich konkret helfen? Wie kann ich wirklich etwas bewegen? Vor einiger Zeit trafen sich der Profifußballspieler Jan-Philipp Kaller und der Radiomoderator Sven Flohr. Jeder lud einige Freunde ein, darunter auch viele Prominente, und sie spielten Fußball miteinander. Am Ende des Tages beschlossen die Spieler, Geld zusammen und damit gemeinsam etwas Gutes zu tun. Nach dem Motto Sport, Fun und Gutes tun. Schnell war klar, dass man zusammen noch viel mehr bewegen kann. Und so wurde der Friends Cup Förderverein gegründet. Also nicht nur reden, sondern selber etwas tun. Werde Fördermitglied im Friends Cup Förderverein e.V. Unterstütze Projekte und Aktionen durch deine Spende. Nenne Projekte, die der Verein fördern soll. Alle Infos zu den Projekten und dem Verein findest du im Friends Cup Magazin und online auf www.friendscup.de. Wir freuen uns auf dich! Bis zum nächsten Mal. Dankeschön! Alrighty! Euch noch Diriger Grüße! Untertitelung des ZDF, 2020